Anna-Karina Wojtczak spricht über ihr neues Leben nach der Trennung von Stefan Meross und verrät, wie glücklich sie mit ihrem neuen Partner ist. Anna-Karina Wojtczak – Seitenhieb auf Ex-Stefan Meross Im vergangenen Herbst war die Schlagerwelt in heller Aufruhr, denn bei dem Traumpaar Anna-Karina Wojtczak, 30, und Stefan Meross, 47, warnte sich eine Ehekrise an. Zunächst schien es noch, als würden die Ehepartner um ihre Beziehung kämpfen. Doch am Ende waren es zu viele Herausforderungen, die ihrer Ehe schließlich ein Ende versetzten. Die hübsche Blondine war kürzlich in der RTL-Sendung Gala zu Gast. Im Gespräch verriet sie, wie sich sich nach all der Aufruhr fühlt. Mir geht's sehr, sehr gut. Es war eine wirklich turbulente Zeit. Dass ihre Trennung gerade einmal ein knappes Jahr zurückliegt, kommt ihr gar nicht so vor, weil ja wirklich viel passiert ist in diesem Jahr. Mittlerweile ist Anna-Karina auch wieder glücklich vergeben. Im November, kurz nach der Trennung von Meross, wurde sie mit einem österreichischen Manager namens Daniel gesichtet. Natürlich musste die 30-Jährige auch mit viel Kritik umgehen. Aufgrund ihrer schnellen neuen Liebe. Ihre Familie und Freunde haben sie damals jedoch sehr gut aufgefangen. Einen kleinen Seitenhieb auf ihren Ex konnte sich Wojciak in dem Interview nicht verkneifen, so erklärte sie, dass sie mir ihrem neuen Leben, heute glücklicher ist. Autsch! Anna-Karina Wojciak! Ihre neue Beziehung will sie anders handhaben. Ihre Ehe mit Stefan Meross wird Anna-Karina Wojciak sicher auch in guter Erinnerung behalten. Doch heute schlägt ihr Herz nur noch für einen. Ihren Daniel. Mit ihm fühlt sich die Schlagersängerin, wie sie in der RTL-Sendung Gala verriet, sehr, sehr gut. Mit einer neuen Beziehung kommen aber auch andere Verhaltensweisen. So hält Anna-Karina, anders als mit Meross, ihre neuen Beziehungen größtenteils privat. Naja, schon, wir halten uns ein bisschen mehr zurück. Wir genießen das sehr, einfach nur privat zu sein. Den einen oder anderen Pärchenschnappschuss gibt es aber dennoch ab und zu auf Instagram, jedoch in Maßen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns da permanent zeigen.